Guten Morgen alle zusammen, ich heiße Marco Reis, Sie sehen die Nachricht im Kanal 2. Bruno, wie ist das Wetter in Clark County? Das Wetter ist sehr ungewöhnlich. Diesem Morgen in Marshall hatte es 14 Zentimeter geschnallt und die Temperatur war minus 14 Grad Celsius, aber der ganze Schnee wird gleich schmelzen, denn wir haben eine Tageshöchstemperatur von 45 Grad Celsius und es wird sonnig sein. In Casey wird es regnen und es wird Blitze geben, in Mansur wird es sehr windig sein. Man soll drinnen bleiben, denn die Windgeschwindigkeit wird 240 Kilometer pro Stunde sein. Das ist sehr ungewöhnlich. Jetzt gehen wir zu Jürgen in Russland. Guten Morgen aus Russland. Hier ist das Wetter sehr kalt. Jetzt stehe ich in 50 Zentimeter Schnee. Heute sind es minus 25 Grad Celsius und sehr wolkig und windig. Es ist auch sehr neblig, später glaube ich, dass es hegeln wird. Das ist alles von Kanal 2. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.